GAMBA Nippon GAMBA Nippon We will change Vielen Dank Jetzt gibt's erstmal Musik von den Abschaltern und da könnt ihr euch jetzt gleich wieder umdrehen, denn die stehen mitten unter euch Ne, noch nicht mitten unter euch, aber sie kommen gleich mitten unter euch und werden jetzt mal ein bisschen Stimmung verbreiten GAMBA Nippon Zeitgleich jetzt in über 20 Städten werden wir für den sofortigen Atomausstieg demonstrieren werden wir zeigen, dass wir keine Lust mehr haben mit der Regierung, mit dieser Regierung, mit dieser Atompolitik mit den Atomkraftwerken und dem ganzen anderen Schmarrn, der gerade läuft Heute scheinen wir weltweit Doch für wer deutsch, das ist Widerstand gegen das Naht those ergelang vertünkorxt beigeben als denim wird und da ist es Widerstand gegen das Naht, dos noch weg unserem Land Zwei weiß es widerstand gegen das Naht Werden ihn fällen, 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 darf er niemals vom V zum Treck. Er ist denn wie ein Verbrunster Weg haben wir ihn bei Dunkel. Und er wird fallen, 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 endlich bei dir, da wollen wir uns gehen. Wir werden eine Brücke blockieren. Wir stellen uns quer. Und wir machen das auch mit eurem Atommüll. Wir stellen uns quer. Und wenn Sie uns dann unsere Personalien überprüfern, dann gibt es nur eins, was wir sagen. Ich verweigere die Ausgabe. Ich verweigere die Aussage. Sing mit! Ich verweigere die Aussage. Ihr habt das Recht, eure Aussage zu verweigern! Ich verweigere die Aussage. Ich verweigere die Aussage. Halt, Stopp! Bleiben Sie sehen! Der Bulle, er hat's mir angesehen. Der Bulle, er hat's mir angesehen. Wir wissen, wo ich herkomme, wohin ich geh. Ich verweigere die Aussage. Und Kinder sterben nicht ohne Grund, vermerkt um ein AKW herum. Der denkt an die Kinder wie mit Leuten in die. Bestimmt nicht die Herren der Atomlorbi. So für Menschen starben in den Kriegen, dass alles von Ihnen tubesальный produziertog. Frieden da, wir hatten ihr sich, heute schreien wir wieder ... ... Feed back, wir hatten ihr sich, heute schreien wir weltweit ... Youtube gesagt, viel Studies Oster prophet Queen! Quatsch es mehr durch, ich unterstütze ihn würde schreiben Gegen das hat Oka-Füll gemacht, er durchreißen wie der Stamm, gegen das hat Oka-Füll gemacht. Bauer tut der Piepel auf Auer für das Volk, Bauer tut der Piepel auf Ende der Kastnerholz. Bauer tut der Piepel auf Auer für das Volk, Bauer tut der Piepel auf Ende der Kastnerholz. Und das wäre durchreißen wie der Stamm, gegen das hat Oka-Füll gemacht. Wir sind heute, wir sind mehr als 10.000 Leute heute. Nächstes Mal bei! Danke, Mann! Haut rein und lasst euch die Schweineleine der Gifftigen-Gefahrt nicht gefeilt. Haut rein und lasst euch die Schweineleine der Gifftigen-Gefahrt nicht gefeilt. Haut rein und lasst euch die Schweineleine der Gifftigen-Gefahrt nicht gefeilt. Haut rein und lasst euch die Schweineleine der Gifftigen-Gefahrt nicht gefeilt. Haut rein und lasst euch die Schweineleine der Gifftigen-Gefahrt nicht gefeilt. Haut rein und lasst euch die Schweineleine der Gifftigen-Gefahrt nicht gefeilt. Haut rein und lasst euch die Schweineleine der Gifftigen-Gefahrt nicht gefeilt.